Wäre doch eigentlich eine gute Option. Können wir die irgendwo auffüllen und wir hätten sie dann irgendwann im späteren Zeitpunkt, auch wenn es lange dauert, aufgefüllt. Der ist zum Beispiel voll, den benutze ich ja nur, wenn ich es brauche. Ich gehe auf High Speed. Dann machen wir das mal eben hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, alle weg. Und ein. Alle weg und ein. Und wie ihr fragt, wie kriege ich, weil wenn ich hier drauf tue, kriege ich nur fünf. Macht einfach mit rechts Klick auf eins und dann bekommt ihr nur einen raus. Das heißt, ihr könnt da super einstellen später, wie viel genau ihr haben wollt. So. Zack, zack und bam. Ja, lasst ihn mal ganz locker fluffig und dann ziehe ich hier hinten fünf ab. Dann sagen wir mal, komm, zieh mal fünf ab. Gehen wir mal aus, komm, mach mal siebenvierzig. Das sollt ihr noch schaffen, oder? Ja. Was habe ich dir denn gesagt? Work done. Work salute, work fuel. Liquid im Tank pumpen. Komm. Pumpen mal, wenn Liquid drin ist. Fertig. Dann ist das Ding nämlich rattig leer. Ja, das braucht auch massig viel, bis das voll ist. Bis ich auch, beziehungsweise hier angezeigt werde, dass hier was drin ist. Ah, der passt hier hin, auf jeden Fall. Weil hier, da habe ich ja noch nicht mal die ganze Ebene da fertig. Dann müssen wir die noch machen. Hä? Was stimmt hier nicht? Hallo? Ach, das ist das Teeröl von unten? Ach so. Ach so. Genau. Das ist der Teeröl von hier. Dann heißt es, das ist oben voll. Dann müssen wir da auch aufpassen, dass der irgendwann... Ah, der ist rappelvoll. Der ist rappelvoll wie Öl. Kommt denn da was nach eigentlich? Ah, da kommt was nach, anscheinend. Hup, da wollte ich nicht lang. Dann schauen wir mal eben, wie es bei dem Öl aussieht. Ich will mal hoffen, dass es jetzt nicht leckt. Und einen Solarhelm wollte ich ihm auch noch machen. Aber, komm später zu. Na, wo ist er? Ah, warte mal einen kurzen Moment. Ah. Gute, alte, klare Wasser. Oh, hast du kein Öl mehr? Oder hab ich dich abgestellt? Das könnte nämlich auch sein. Hat dich denn abgestellt hier? Jau. Ah, so. Jetzt kommt wieder Öl nachgeschossen. Jetzt fährt sich das Ärmchen auch runter. Und hier ist eine Riesenmine. Die werden wir auch mal... Bezüglich ist es eine Riesenhülle. Da unten ist noch eine Mine. Da werden wir halt mal irgendwann später runtergehen. Aber jetzt im Moment gerade nicht. Da ist mein Platz. Apropos Platz. Ah, das sollte ich auch mal vorrein gehen, bevor ich hier... Oh, uh, load. Egal. Musik. Gehe ich jetzt richtig? Nein. Ruine 1. Wo muss ich da? Muss ich doch lang. Da ist doch Haubendorf. Bienen. Düdün. Düdü. Düdün. So, ich wollte mal gucken, wie weit zumindest die bescheidenen Bienen sind. Musik. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Weil ich das gerade nicht nachgucken kann. Und ich kann das auch gleich nicht nachträgeln. Und wir nehmen die Kohle mit hier. Und wenn es die Turtle nicht macht gerade. Weil die ist ja am Versauern da unten. Dankeschön. Ich weiß ja nicht, was hier rein soll. Kann ich euch noch nicht erzählen. Was machst du denn eigentlich hier? Ach so. Der Server ist ja... Beziehungsweise der... Ich habe ja vom Server habe ich jetzt wieder gewechselt auf Singleplayer. Deswegen ruckelt das auch ein bisschen mehr. Weil über den Server läuft es nämlich stabiler. Etwas stabiler. Also muss ich das nämlich alles händlichen selber hier machen. Ah, hier läuft es gut. Dampf muss ich auch noch verarbeiten. Kommen wir auch später zu. Weil dann weiß ich noch nicht, was ich da hinten alles reinpacke. Irgendwie, wo ich halt verarbeiten kann. Halt alles, was in sich verarbeiten werden kann, kommt da hinten rein. Guten Tag. Habt ihr noch Bienen? Nein. Ach so, warte mal hier. Nimm mal hier einfach den Stein an dich. Wie sieht es mit den Schafen aus? Guten Tag, die Herren. Die laufen alle noch? Ja, die laufen alle. Die laufen alle. Da kommt genug Gras durch. Passt. Ist ja nur... Äh, das Wolle ein Willens. Brauche ich halt nur Abdeckung. Farbige Abdeckung. Und wenn ich es nicht brauche, schmeiß ich einfach weg. Die laufen. Super. Das sieht bei euch aus. Jopp. Jopp. Schau mal eher bei der hinteren. Da ist noch nichts besonders viel drin. Ich mache noch nicht viel drin. Naja, ich freue mich noch nicht nachgucken. Da ist noch nichts zu... Da ist noch nichts zu viel drin. Was haben wir denn hier noch drin? Äh, ne, kann ich eigentlich alles behalten? Wo ich das durchschleudere. Und die Bienen, ja. Warte mal, da können wir mal. Eins, zwei, drei. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, welche hier sind einfach zu viele drinne? Kultivierte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Wir brauchen auch nicht. Da kommen sowieso immer genug. Und dann, wenn ich sage, ich brauche sowieso nur fünf im System. Und dann kann der Rest auch eigentlich weg. Dass ich halt nur ersatzweise mal von diesen Bienen wirklich ein kontinuierliches Pack von habe. Und dass ich die auch behalte. Und können sie nämlich auch hier rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die hier. Dann können die verarbeitet werden. Ich kriege noch ein bisschen extra Scrap. Das soll ja sowieso alles dann automatisch auf mit dem Schienensystem. Weil die sollen ja nur einmal nachts fahren und einmal morgens. Und dann soll Ruhe sein. Beziehungsweise soll sie einmal nachts fahren und dann alles auffüllen. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das auszupfen werde. Hole rein hier. Das Solarpanels. Solarpanels, wo ich da unten weiter mache. Da gehe ich mal gerade in den Keller und überlege mal. Was ich eigentlich noch machen muss. Hier an den Stellen. Ja, hier müssten entweder noch zwei Dinge hin. Ein paar Stahlpumpen. Die mir halt auch noch so eine Western Energy Cell auffüllen. Oder ich mache das halt in Strom. Weil der macht mehr Strom. Oder ich nehme halt den Dampf. Und produziere den in den Western Energy Cells. Dann müssen hier noch... Hier drunter ist auch noch ne Lager, oder? Ja. Hier wird... Jetzt bin ich am überlegen. Hier... Kommt vielleicht der Nachtspeicher rein. Wo die dann oben das Signal kriegen. Einmal bitte umschalten. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Oder es kommt da oben hin. Ich weiß noch nicht. Ach nee, stimmt gar nicht. Der Nachtspeicher kommt gar nicht hin. Kommt da hinten hin. Kommt da hinten ja ins Gebäude rein. Das können wir jetzt als nächstes fertig machen. Weil dann kann hier nämlich das Benzin erst fertig machen. Da habe ich davon ein bisschen mehr. Und ich kann dann später weitermachen. So. Dafür bräuchte ich glaube ich das hier. Und Steine normale. Genau, dann gibt es nicht Betonblock. Mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich glaube ich auch nicht. Will ich nicht hoffen, dass ich noch mehr brauche. Und den verbrauche ich jetzt da. Oh, das muss ja auch... Das muss ich aber auf jeden Fall planen. Da muss ich mich hier in die Testfläche geben und schauen, wie ich das denn hier machen werde mit den Kühen. Das ist ja auch ein Rohstoff, den ich irgendwie noch zum Essen brauche. Oder wegschmeiße. Und ein bisschen Gravel bräuchte ich. Da kann ich jetzt auch nicht meine Portalgun verschießen. Da habe ich auch gar keine zweite. Leider. Taktikhöhe. Na, wo kommt der Alarm? Da ist man in die Hütte so rein. Oh, 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 da. Cobblestone, da ist er. Der Holzplopp muss auch wieder hier rein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der... Alarm hier hinten reicht. Dass ich den auch hier hinten höre. Könnte ich mir aber vorstellen. Oh, gar nicht so viel drinne. Aber Kohle. Kohle kann man immer mitnehmen. Eisen vielleicht auch noch so zwischendurch. Aber auch Hauptsache Kohle. Ist ja nachher für die Verarbeitung für... ...das nah aufbereitete... ...Uran, was beziehungsweise was verbraucht ist, ...komplett wieder aufzubereiten. Weil hier will ich eigentlich nicht so viel wegschmeißen an... ...Uran, denn das ist nämlich teuer. Komm schon. So, ich mach mal eben kurz einen Cut, dann sehen wir uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Und, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020